Jetzt sieht man die scheiß Kleberteile von der GoPro. Kleber? Ja, sieht man. Oh, jetzt sehen wir ein Manöver. Ich bin mal gespannt, was die GoPro für Aufnahme macht. Was ist denn? Wahrscheinlich ist es schon dreimal leer. Oder hat er am Anfang gar nicht aufgenommen. Das rote Ding muss blinken. Das ist ein rotes Ding. Das ist Dreck. Ich gehe heute Abend zu dem Drecksfaschling. Ich gehe heute Abend zu dem Drecksfaschling. Ich gehe heute Abend mit dem Drecksfaschling. Ich gehe heute Abend zu denpositionen vor, ich gehe heute Abend. Ich gehe heute Abend zu hören. Wie lange waren es heute Abend? Ich glaube, es war wichtig. Ich gehe heute Abend. Vielen Dank. Das ist ein Klebeband, das stört. Das ist ein Klebeband. 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 Das ist ein Klebeband.